Hallo zusammen, ich bin Marc. Ich bin Valentin. Ich bin Lea und wir stellen heute den Beruf Garten- und Landschaftsbau EFC vor, bei der Firma Leuthold Gärten. Nach meinem Praktikum bei Leuthold Gärten durfte man auffallen, dass die Firma sehr gut ausgerüstet ist. Auch der Teamgeist hat mir sehr gefallen. Nach jedem Abend durfte ich mich die schönen Gärten bestaunen. Ich habe mich für die Lehre entschieden, weil ich gerne draussen arbeite, gerne im Team zusammen arbeite und am Abend sehe, was ich am Tag gemacht habe. Jeden Tag von uns sieht etwas anders aus. Von Hecken schneiden über Rasen mähen, düngen und Mauern bauen. Im Winter, wenn alle Laub gefallen sind und man gut an die Äste der Bäume kommt und sträuchert, darf man heftig holzen, ausleichten und jede Menge Material abführen. Der Benefit bei uns in der Lehre ist, dass man zusätzlicher Beinblick bekommt, wie man Pools bauen oder Schwimmteiche. Zusätzlich haben wir diverse Firmenanlässe, wie letztes Frühling, wo wir auf dem Mütliberg waren. Nach der Lehre hat man die Möglichkeit, sich auf dem Beruf weiterzubilden, wie zum Beispiel den Gärtnermeister oder einfach Erfahrung sammeln auf dem Beruf. Oder man kann auch die BMS machen und dann zum Beispiel die Landschaftsarchitektur studieren. Wenn auch dir der vielseitige Beruf als Gärtner im Garten- und Landschaftsbau gefällt, dann bewirkt dich doch jetzt bei Leuthol Gärten. BMS0 BMS2 BMS1 BMS0 BMS1 Bis zum nächsten Mal.